Frisch getehrt! Lass mal Shishaba! Yalla, yalla, hop-sa-sa! Komm, Digga, lass mal Shishaba! Alle Zäuel sind schon da! Shishaba! 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 Ich geh nie wieder! Tschüss! FIFA zocken, kein Bock, Digga, ich will erstmal Shishaba! Magenknurren, Döner essen später erstmal Shishaba! Ich mach es an, wenn der Zug kommt. Ah, mach es wieder an, wenn der Zug kommt. Shishaba! 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 Wir sind hier richtig stark, und viele, 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 die anderen gehen. Wir wissen, es gibt kein Knast mehr, wir grillen auf den Gefängnisgittern, verbrannte McDonalds-Zeugen von unseren Heldentaten, seit wir Nestle von den Feldern jachten, schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten, und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Du willst einen rauchen, dann geh dir was glücken im Garten, doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen. Komm, wir fahren in den moosbedeckten Hallen im Reichstag, ein Bürostuhl, Weltrennen, unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben. Geld wurde zu Konfetti, und wir haben besser geschlafen, ein Goldbarren ist für uns das gleiche wie ein Ziegelstein. Der Kamin geht aus, wirf mal noch ne Bibel rein, die Kids gruseln sich, denn ich erzähle vom Papst. Dieses Leben ist so schön, er braucht ein Leben danach. Kurzer Zug. Lachstelle. Sehr gut.